So, willkommen zurück. Ich kann es mal ein bisschen lauter machen noch. Nachdem wir uns jetzt eine Zeit lang nicht gesehen haben, sehen wir uns jetzt wieder. Und die nächsten sechs Vorlesungen werdet ihr mit mir zu tun haben. Allerdings werden wir uns nächste Woche schon wieder nicht sehen. Wegen irgendwelchen komischen vorlesungsfreien Zeiten. Nächste Woche wird es wieder so laufen, dass ich ein 14-minütiges Video hochlade. Und als Ausgleich dafür gibt es statt zwei Hausaufgaben nur eine auf Platz sechs. Also ich glaube, damit kann man leben. Der Stoff ist auch weniger, der nächste Woche gemacht wird. Aber ja, ganz ausfallen lassen ist dann immer ein bisschen blöd. Und ich glaube, den Ersatztermin diesen Freitagnachmittag oder so wäre auch nicht so gut angekommen. Deswegen machen wir es so. Ja, eine Sache vielleicht noch. Die Prüfungsanmeldung, ich habe gestern schon die E-Mail geschickt, die ist offen. Und wenn ihr mitmachen wollt, solltet ihr euch auch irgendwann bis 30. Juni im Idealfall anmelden. Also wenn ihr am 1. Juli bei mir antanzt, ja, ich möchte noch mitschreiben, ich kann euch nicht nachmelden. Also ich habe in Tom Online keinen Knopf, wo ich das kann. Das mache ich nicht, weil ich böse bin oder so, ich kann es einfach nicht. Da könnt ihr dann irgendwie beim Dekonaten noch nachfragen oder so. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich habe noch nie verpasst, mich zu einer Prüfung anzumelden. Und spontanes Erscheinen ist nicht. Also wenn ihr am Tag der Prüfung, ja, komm ich mal noch vorbei. Nee, also das ist ein enormer Aufwand, was man da alles nachtragen muss. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen, ich glaube bis 30. Juni wisst ihr, ob ihr mitmachen wollt. Und ja, 8 haben sie schon angemeldet, zumindest vor 10 Minuten. Ja, wir starten in ein neues Kapitel. Und der Fundamentalsatz wurde ja schon an die Tafel geschrieben. Vor einem Jahr wurde irgendwann mal auf einem Discord-Server eine Frage gestellt zur Quantenmechanik. Und es kam eine Antwort von jemandem, der wohl von der Theorie her relativ wenig verstanden hat. Und die Essenz aus dieser Antwort war in etwa das hier. Gut. Diese Symbole haben wir jetzt hier noch nicht eingeführt. Das kommt in drei Wochen ungefähr. Oder in zwei Wochen. Drei Wochen. Aber dass, wenn Psi im Hilbertraum ist, dass der zugehörige Bra-Vektor der ganze Dualraum ist. Aber in der Antwort hat man auch nicht wirklich erkannt, dass die Antworten der Person verstanden hat, was Orthogonalität bedeutet. Weil die Frage war in etwa, warum ist n im Skalarprodukt mit n-2 0? Und jeder vernünftige Mensch antwortet, das sind orthogonale Zustände und deswegen ist es halt 0. Und die Antwort dort war, ja, das kommt aus einem Hilbertraum. Das kommt aus einem oder das kommt aus einem Hilbertraum und das kommt aus irgendeinem Dualraum. Und wenn es nicht dieselben sind, macht das Skalarprodukt keinen Sinn und muss 0 ergeben. Ja, diese Antwort hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Aber, naja. Vor einem Jahr habe ich mich bei sowas noch eingemischt. Damals habe ich mich eingemischt. Aber, naja. Ich glaube, ohne Kontext ist es gerade Zeit verschwinden, um darüber weiter zu reden. Und wir tun jetzt den Rest des Semesters das Fundament legen, damit solche Sachen nicht passieren. Wir haben jetzt die ersten fünf Wochen, gut, die Überschrift kann ich ja lassen, Wir haben die ersten fünf Wochen jetzt zwei Bausteine schon mal uns erarbeitet. Einmal die Maßtheorie, einmal die Distributionentheorie. Und jetzt kommt wirklich der, das mathematische Gerüst, um über Quantentheorie reden zu können. Also die Funktionalanalyse ist das große Feld, welches in so viele Disziplinen reinspielt, unter anderem in die Quantentheorie. Und wir geben euch jetzt sozusagen eigentlich den ganzen Rest des Semesters einen Einblick in die Grundlagen und in ein paar fortgeschrittenere Sachen dazu. Und zwischendurch kommen auch immer wieder ein paar Sachen, die ihr aus der theoretischen Physik schon gesehen habt. Und ja, Funktionalanalyse ist so im Wesentlichen dann Mathematik des 20. Jahrhunderts. Also das, was wir so in Analysis 1 und 2 gelernt haben, ist alle schon ein bisschen älter. Aber die Sachen, die wir jetzt so machen und auch die so ein bisschen in Analysis 3 gemacht wurden, sind alle relativ frisch. Weil so um die Jahrhundertwende damals hat man gemerkt, man braucht für viele Dinge doch ein wenig mehr Mathematik. Sowohl in der reinen Mathematik hat man das gemerkt, als auch in der Quantentheorie, die ja damals so nach und nach aufkam. Und gut, ich meine, die ersten Jahre war Quantentheorie auch nur Heuristik. Und sagen wir mal, ungefähr in den 20er Jahren wurden dann die Versuche unternommen, das Ganze mathematisch aufzubauen. Und so ungefähr 1930 ist das mathematische Gerüst da, was ihr zumindest in euren jetzigen Theorie-Vorlesungen beigebracht bekommt. Also die Quantenmechanik, die ihr lernt, ist im Grunde genommen schon fast 100 Jahre alt. Wir werden natürlich nächstes Semester einen etwas anderen Zugang dann zur Quantentheorie wählen, der ungefähr 50 Jahre alt ist. Aber der ein bisschen anders funktioniert, aber am Ende kommen auch ähnliche Sachen wieder raus. die Funktionalanalyse hat die Eigenschaft, also das ist nicht nur Analyse, sondern es spielt auch sehr viel vor allem Topologie rein. Wir werden relativ wenig über Topologie hier reden, weil man muss irgendwo Abstriche machen, wenn man neun Vorhäsungen Zeit hat für Funktionalanalyse. Und da war Topologie das Erste, was im Wesentlichen komplett rausgeflogen ist, das hilft nichts. Wir wollen Resultate bekommen und die kriegt man nur indem man also die kriegt man auch so mit, diesen ganzen topologischen und algebraischen Werkzeugen, aber das dauert. Das wäre so wie das Lebec-Integral zu konstruieren, das dauert auch eigentlich, deswegen haben wir uns halt auf die Idee beschränkt. Und was wir jetzt sehr häufig erleben werden, ist, dass wir Resultate aus der Linie an Algebra nehmen und dieses kleine Wort, dieser kleine Anhang in diesen ganzen Sätzen dort war immer so, sei x ein endlich dimensionaler Vektorraum, das fällt jetzt weg. Also wir lassen jetzt durchaus unendlich dimensionale Vektorräume zu, hin und wieder können wir es mal endlich dimensional kurz machen und schauen, ja, kommt ungefähr dasselbe raus wie aus der Linie Algebra, aber an sich wollen wir die Dimension unendlich uns jetzt anschauen, weil das ist das, wo es eigentlich interessant wird. Alles das endlich dimensionale Zeug könnt ihr, das habt ihr alles im ersten Semester schon gemacht und auch in der Analyse 2 war es im Prinzip alles endlich dimensional und jetzt wollen wir die Dimension ins unendliche hoch heben. Was ich zunächst kurz machen möchte ist etwas was ich auch schon im Prinzip in ich glaube Analyse 2 mit euch mal gemacht habe einen kurzen Überblick über verschiedene Räume aber das ist jetzt ein bisschen anders als in Analyse 2 da kommen noch ein paar dazu hier deswegen möchte ich mir noch mal kurz die Zeit nehmen und das anschauen weil da kommt eine ganz spezielle Klasse von Räumen dazu die dann eben für die Funktional Analyse von großer Bedeutung ist eine gängige Abkürzung für Funktional Analyse ist Funk Anna und ich glaube ich werde sie ab sofort auch verwenden weil dieses Wort auszusprechen ich kriege es nicht hin dieses Bild kennt ihr teilweise schon von vor ungefähr einem Jahr wenn ihr damals bei mir schon gesessen seit das womit man eigentlich immer irgendwie anfängt das so haben wir auch in der Maßtheorie angefangen wir haben Sigma Algebraen auf irgendwelchen Mengen definiert Mengen Systemen und so also wir haben eine Menge genommen dann eine Menge System drauf und wenn das gewisse Eigenschaften hat ist es eine Sigma Algebra und das war so das Allgemeinste ich schaue nur kurz ob diese Aufzeichnung auch funktioniert und was jetzt die nächst speziellere Struktur ist ist dann der topologische Raum über topologische Räume haben wir eigentlich auch nie wirklich geredet und wir werden auch über also allgemeine topologische Räume nicht wirklich sprechen hier weil das hilft uns nicht so wahnsinnig okay das funktioniert aber das das nächste was in dieser Reihe kommt ist der topologische Raum und die ja also gut jeder topologische Raum ist natürlich auch eine Menge und topologische Räume sind für die Funktionalanalyse für Funk Anna noch nicht so wahnsinnig praktisch was nämlich noch dazu macht gerne also was wir jetzt in der Funktionalanalyse in Funk Anna ständig betrachten werden sind topologische Vektor Räume also in Funk Anna werden wir ausschließlich auf Vektorräumen arbeiten und was ist ein topologischer Vektorraum auch das ist wieder was dieses Wort würde überhaupt keinen Sinn machen wenn man alles endlich dimensional macht dann würde das keinen neuen Erkenntnis Gewinn bringen weil Vektorräume kennt ihr und topologische Vektorräume da ist es halt so da fässt man die Addition also wenn man den Vektorraum nimmt also V wir nehmen den Vektorraum V dann fassen wir die die Addition im Vektorraum also die von V Kreuz V nach V abbildet als stetige Abbildung auf und auch die Skalarmultiplikation die irgendein Element des Körpers mit dem Vektorraumelement Skalarmultiplikation und wieder in Vektor liefert diese beiden Operationen fassen wir hier als stetige Operationen auf ich meine das sind Abbildungen Plus und Mal sind nicht nur Zeichen die man hinschreibt wenn man an der Kasse steht sondern das sind auch mathematische Abbildungen und die sind für uns jetzt stetig das ist das ist das was einen topologischen Vektorraum ausmacht und da ist uninteressant über sowas zu reden weil erst im unendlich dimensionalen ist jeder Vektorraum auch ein topologischer Vektorraum aber im unendlich dimensionalen kann sowas wieder schief gehen ja ja genau ja achso guter Punkt ein Vektorraum ist halt ein Raum der noch die Vektorraum Axiome erfüllt weil auf einem topologischen Raum oder auch auf der Menge das ist so abstrakt dass darauf nicht mal eine Addition oder Multiplikation erklärt sein muss weil wenn wir jetzt diesen Haufen Kreide hier haben wie will wir es darauf sinnvoll definieren was ist die eine Kreide plus der andere Kreide aber in einem Vektorraum hat man wirklich so viel Struktur dass man addieren kann subtrahieren multiplizieren und so weiter das ist der wesentliche Unterschied was halt eben für uns ja halt wirklich interessant ist weil wir wollen das tun gut dann was ich neben diese topologischen Räume noch einreiz sind die metrisierbaren Räume jedes Mal wenn ich diese Grafik zeichne tue ich ein paar Sachen im Singular und ein paar im Plural formulieren metrisierbarer Raum naja ist jetzt auch egal jeder metrisierbare Raum ist ein topologischer Raum naja was heißt metrisierbar die Topologie kommt von einer Metrik ja wie gesagt das ist da kann man eine Metrik eine Metrik induziert irgendwelche offenen Kugeln und die also mit einer Metrik kann man offene Kugeln definieren und die induziert eine Topologie und gut ist aber auch die interessieren ist jetzt nicht so wahnsinnig was jetzt schon eine Klasse von Räumen habe ich gerade sogar unterschlagen es wäre schön wenn es ein iPad wäre dann könnte ich das hier nach unten schieben aber dann muss ich so machen das hier die metrisierbaren Räume kommen mal hier unten hin was hier oben hinkommt sind die sogenannten Hausdorf Räume Haus Dorf Räume das sind Räume die sogenannte Hausdorf Trennungseigenschaft haben die Trennungseigenschaft ist relativ simpel zu verstehen wenn ich zwei Punkte habe die nicht dieselben sind gibt es desjunkte Umgebungen um beide Punkte also gibt es Umgebungen um beide Punkte die desjunkt sind und diese Umgebungen trennen diese Punkte sozusagen da denkt ihr euch das auch das ist ja klar muss ja so sein also wenn die Punkte nicht dieselben sind dann gibt es hier so ganz kleine Kugeln können sehr klein werden wenn sie nicht dieselben sind finde ich zwei Kugeln und dann kann ich diese Punkte trennen es gibt aber auch nicht hausdorfsche Räume und da geht das halt nicht aber gut die sind jetzt ziemlich exotisch aber uns interessieren die auch nicht wirklich aber jeder metrisierbare Raum ist auch ein Hausdorfraum und das sind alles noch mit diesen Objekten werden wir uns im Prinzip im Allgemeinen nicht wirklich beschäftigen all diese Dinge sind ja auf Hausdorfräumen braucht man keine Metrik das kann man auch schon in den allgemeineren topologischen Räumen noch machen ja also das ist man braucht dafür ich habe jetzt hier dadurch dass die Tafel der R2 ist kann ich das schon ohne weiteres habe ich die Metrik schon unbewusst beim Zeichnen vorausgesetzt aber auf Hausdorfräumen geht das auch ohne Metrik aber es ist Aufwand Aufwand den wir uns hier nicht wirklich antun wollen jetzt kommen die Räume die wir uns wirklich anschauen werden also all diese Räume sind dann auch zum Beispiel topologische Vektorräume aber für uns interessant die nächsten zwei Wochen vor allem sind die sogenannten Bannachräume und das ist nämlich das Schöne diese Bannachräume sind eben wie gesagt immer Vektorräume wir arbeiten nur in Vektorräumen das reicht schon fürs Erste also klar ist es so ja eigentlich will man es doch immer mal ganz abstrakt haben aber schon für Bannach- und Hilberträume kann man sehr viel tun und Bannachräume sind sowohl topologische Vektorräume als auch metrisierbare Räume und Bannachräume kennt ihr ja schon mit denen haben wir im Prinzip die ganze Zeit in der Analysis gearbeitet weil das sind halt vollständige normierte Räume mit nicht vollständigen Räumen in der Analysis zu arbeiten ist einfach Unsinn weil wir wollen dass Cauchy-Folgen konvergieren und deswegen arbeiten wir in Bannachräumen diese Bannachräume wurden auch tatsächlich von Stefan Bannach eingeführt aber noch nicht so benannt also von ihm selbst das war ihm dann doch zu dick aufgetragen wenn er das so selbst so benannt hätte und Bannach hatte auch selten aufgeschrieben was er eigentlich macht also er hat irgendwann er hat noch bevor er promoviert hat schon sehr viele Theoreme aufgestellt aber war sich entweder zu fein sie aufzuschreiben oder dafür zu sorgen dass sie ihm mal bekannt werden und irgendwann hat er Hiwis bekommen die das aufgeschrieben haben und im Lauf der Zeit ist so viel zusammengekommen dass er diese ganzen aufgeschriebenen Sachen eigentlich nur noch zusammenstecken musste sondern er hatte seine Dissertation schon und die Doktorprüfung war ähnlich er wollte nie zu dieser mündlichen Doktorprüfung und irgendwann haben ihn seine Betreuer sozusagen ausgetrickst und zu einer mathematischen Diskussion eingeladen weil sowas hat er sehr gerne gemacht und im Laufe dieser mathematischen Diskussionen wurden halt unterbewusst mal ein paar Fragen gestellt und er hat sie alle zur Zufriedenheit der Prüfenden beantworten können und so seinen Doktortitel bekommen heute muss man ein bisschen mehr für sowas kämpfen Bannerräume sind wie gesagt für die Funktionalanalyse von ganz zentraler Bedeutung deswegen die nächsten zwei Wochen Bannerräume was wir dann nach diesen zwei Wochen machen dann machen wir es noch spezieller also irgendwie wirkt das immer so unbefriedigend das ist alles immer so speziell aber für Hilberträume kann man schon genug sagen also Hilberträume werden bei uns den großen den großen Teil der Zeit einnehmen weil es ist sehr schwierig also sagen wir mal schwierig bis unmöglich je nach Sachverhalt Sachen in allgemeinen Bannerräumen zu machen weil was ist der wesentliche Unterschied zwischen Hilbert und Banner Hilberträume haben ein Skalarprodukt damit kann man in Hilberträumen über Orthogonalität reden ihr tut in der theoretischen Physik schon über Orthonormalbasen reden das werden wir auch in drei Wochen glaube ich tun und das geht nur in Hilberträumen man kann in einem Bannerraum nie über eine Orthonormalbasis reden und der Vorteil ist das wird euch in der theoretischen Physik nicht so wirklich bewusst gemacht aber man kann sehr froh sein dass man diese Orthonormalbasen hat weil das ist der angenehmste Begriff einer Basis in so einem unendlich dimensionalen Hilbertraum weil habt ihr euch schon mal gefragt wie man eine Basis im Unendlich Dimensionalen konstruiert das ist ein enormer Aufwand weil im Endlich Dimensionalen war das total naiv der Vektor V ja den kann man als Summe von Basisvektoren schreiben Alpha I V I das linear kombiniert man also die V I und I geht halt von 1 bis N N ist die Dimension des Vektorraumes die bilden eine Basis und das kann ich linear kombinieren kann ich jeden Vektor darstellen super einfach und also I gleich 1 bis N naja und gut ich meine in der Physik hat man nicht so die Probleme kann man auch unendlich machen das ist nicht der beste Weg also davon würde ich sehr stark abraten das ist nämlich wieder sowas das kann man hinschreiben und das ist intuitiv auf den ersten Blick ganz schön aber so vollkommen unbrauchbar also das zu machen ist ein enormer Aufwand weil das Problem ist das ist nicht das ist nicht wirklich die Basis die man aus der Linie an Algebra kennt darüber reden wir in zwei Wochen dann oder in drei Wochen ein bisschen aber das ist ne weil das Problem ist sobald man irgendwann unendlich reinschreibt was muss man tun Konvergenz wollt ihr von diesem Ding die Konvergenz bestimmen und das große Problem ist sogar ihr kennt ja aus der Analyse 1 nicht absolut konvergente Reihen wenn man da ein bisschen was umsortiert kann was anderes rauskommen das heißt es macht jetzt einen Unterschied im Eindimensionalen im Endlich Dimensional habt ihr diese Basisvektoren V1 V2 V3 und so weiter einfach auflisten können und es war vollkommen unerheblich ob ihr die jetzt also ihr könnt auch was was ich V3 als erstes schreiben VN V V Groß N V1 und so weiter ihr könnt die bediebig rumschieben das ist ja vollkommen egal im Unendlich Dimensionalen müsste man das als eine geordnete Basis auffassen weil es hängt von der Summationsreihenfolge ab was hier rauskommt im Allgemeinen und das Zeug das will man sich nicht antun werden wir auch nicht deswegen werden wir in Bannerräumen nicht über Basen reden weil das ist schwierig und für uns nicht wirklich wichtig sondern wir werden auch über Orthonormalbasen in Hilberträumen reden weil bei Orthonormalbasen muss man sich nicht ein einziges Mal über Konvergenz Gedanken machen das ist der angenehme Vorteil also allgemeine Bannerräume zu untersuchen die nächsten zwei Wochen können wir das tun diese ganzen Sätze die wir jetzt machen sind nicht wirklich schwieriger in Bannerräumen aber ab da wollen wir diese spezifische Struktur in Hilberträumen bewusst ausnutzen wir wollen bewusst dieses Skalarprodukt verwenden um gewisse Dinge zu tun und für die Quantentheorie sind ja diese Hilberträume sowieso von ganz zentraler Bedeutung und das ist ja das wo wir letztlich hinwollen weil diese ganzen Projektionen die ihr da in der Quantenmechanik aufschreibt die funktionieren halt nur in Hilberträumen ja also in endlich dimensionalen Räumen ist diese ganze Unterscheidung vollkommen überflüssig weil es funktioniert alles erste Monality dimensionalen gehen Sachen schief gut also wie gesagt gut man kann jetzt natürlich noch einen ganz einfachen Hilbertraum den man dann schon von ganz aus der Schule im Prinzip kennt wenn man den R hoch D also den euclidischen Raum nimmt mit dem Skalarprodukt das ist das einfachste Beispiel für so einen Hilbertraum und das hier war im Prinzip Analyse 2 und auch teilweise 3 zumindest als wir noch über Integrate geredet haben und das hier ist das was in der Analyse 3 letztes Semester die letzte Woche war und was für uns jetzt von besonderem Interesse sein wird gut soviel dazu dann fangen wir jetzt mal ganz gemütlich an indem wir also heute machen wir im Grunde genommen nur Vokabeltraining wir müssen heute halt ein paar Wörter uns anschauen was bedeuten die und so also ein zentraler Satz kommt heute auch noch raus aber das meiste sind Sachen die ja da gibt es nicht so viel zu verstehen sondern das muss man halt wissen dann so normierte Räume und Bannerräume vielleicht klären wir noch mal kurz auch wenn wir es im Prinzip schon mal vor also eine Maßtheorie gemacht haben was eine Norm ist das kann ja glaube ich nicht schaden wir nehmen uns einen Vektorraum also sei x ein k Vektorraum und für uns ist k immer r oder c also k also es sind entweder reelle oder komplexe Vektorräume mehr interessiert uns hier nicht und eine Abbildung Doppelstrich Punkt Doppelstrich Index kein Index dieses Mal von x nach 0 und endlich heißt Halbnorm also das haben wir schon mal gemacht heißt Halbnorm wenn für jedes x y aus dem Vektorraum und für alle skalare Alpha aus dem Körper ja die zwei üblichen Bedingungen gelten die wir schon vom Lebeck Integral her kennen zum einen gilt die Dreiecks Ungleichung x plus y in der Norm ist kleiner gleich Norm x plus Norm y dann zweiter Punkt die Homogenität die Norm von Alpha x ist Betrag Alpha Norm von x und so haben wir in der letzten Vorlesung zur Maßtheorie aus den kalligrafischen LP-Räumen die richtigen LP-Räume gemacht indem wir noch irgendwie dafür gesorgt haben dass Definitheit auch noch gegeben ist also eine Halbnorm wird zu einer Norm wenn die Norm von x wenn die Aussage dass die Norm von x 0 ist dazu äquivalent ist dass x selbst 0 ist also der Nullvektor ist und das halt für jedes x und dieses Paar wieso habe ich dann hier das mit 2s geschrieben das Paar bestehend aus dieser Menge x oder ja also im Prinzip ist das noch nicht der Vektor Raum dann braucht es ist ein Vektor Raum aber wenn man noch die Norm dazu nimmt ist es dann ein normierter Vektor Raum also wenn wir auch gesehen nicht jeder Vektor Raum ist einfach so normierbar die LP Räume waren halt nicht normierbar erst wenn man sie mit dieser Äquivalenz Klassen Bildung um die Ecke kommt aber wenn eine Norm darauf definiert ist dann heißt dieses Paar ein normierter Raum oder Vektor Raum aus Bequemlichkeitsgründen lässt man das Wort Vektor dann meistens wegfallen gut dann also das ist nichts Neues und was jetzt eben für uns besonders interessant ist sind diese Banner Räume und ein Banner Raum ist bezüglich der Norm die auf diesem Banner oder auf diesem Vektor Raum definiert ist vollständiger Raum also ein Banner Raum ist auch ein normierter Raum der bezüglich der Norm vollständig ist ist bezüglich vollständiger Vektor Raum also alle alle Couchi Folgen in unserem Vektor Raum besitzen irgendwelche Grenzwerte also Q hoch D mit irgendeiner Spielzeug Norm ist für uns nicht interessant so und dann definieren wir den Spann Teilmengen den ihr aus der Linie Algebra vielleicht auch noch so ungefähr kennt da habt ihr es vielleicht nicht unbedingt Spann sondern auch mal lineare Hülle genannt den Spann definiert man für Teilmengen von diesem Vektor Raum also wir nehmen wir uns eine Teilmenge S aus X und der ist definiert als so Spann von S und das ist die Menge aller Linearkombinationen wenn man so will Alpha i x i wobei n irgendeine natürliche Zahl ist Alpha i eine Zahl aus dem Grundkörper und die x i sind Elemente von S genau also nehmt euch im R3 die kanonischen Einheitsvektoren und der Spann dieser Einheitsvektoren liefert den R3 und ja das funktioniert im Prinzip dann auch mit den ganzen anderen Vektoren gut für diese ganzen Räume gibt es wahnsinnig viele Beispiele Wovon ich ein paar zumindest machen möchte also gut der k hoch d also k hoch d wobei k r oder c ist ist für jede darauf definierte Norm ein Banner Raum da könnt ihr euch irgendeine aussuchen das funktioniert immer nur für die zwei Norm wäre es ein Hilbert Raum darüber reden wir dann in zwei Wochen auch bei den LP Räumen nur der L2 ist ein Hilbert Raum auch das kommt dann alle anderen LP Räume egal welches P sind keine Hilbert Räume sind nur Banner Räume aber was heißt nur sind schon mal Banner Räume aber halt Hilbert Räume im Allgemeinen noch nicht und wie schön dass diese quantenmechanischen Wellenfunktionen alle in L2 liegen na gut nicht alle aber wenn sie nicht in L2 liegen dann legt man da nicht so viel Wert drauf in so manch anderen Fächern gut also dass jetzt der K auch D ein Banner Raum ist muss ich denke ich nicht hinschreiben aber wir wichtige Klasse von solchen Banner Räumen sind Folgen Räume über Folgen Räume haben wir bis jetzt nicht wirklich geredet wir haben schon über Funktionen Räume geredet wir haben welche in der Maßtheorie eingeführt die LP Räume Folgen Räume sind einfachere Objekte und gut in welcher Reihenfolge ist eigentlich wurscht naja machen wir es in der Reihenfolge klein l hoch unendlich ist ein Beispiel ist ein Beispiel für so einen Folgenraum wer in latech nach diesem kleinen l sucht das geht mit backslash ell ich weiß nicht ob man dafür noch ein Package braucht aber ja dafür gibt es ein eigenes Symbol und das sind alle Folgen x aus ja jetzt kommt eine Schreibweise die ihr vielleicht nicht so wahnsinnig kennt aber wer kennt wer weiß was das hier bedeutet das ist eine Schreibweise die könnte fast aus der Physik kommen weil sie so suggestiv ist das ist im Prinzip die Menge aller Abbildungen von n nach c also Folgen komplexe Folgen also wenn man irgendwas eine Menge a hoch eine Menge b das ist die Menge aller Abbildungen von b nach a warum ist es so praktisch eigentlich diese Schreibweise naja ein Vektor im c hoch n hat Einträge a x1 x2 x3 bis xn das ist ein Vektor im c hoch n naja und wenn man jetzt in der Physik ist dann sind Folgen im Prinzip nur Vektoren mit sehr vielen Einträgen wo es halt hier immer weiter geht und dann ersetzt man dieses n halt durch ein Groß n ja aber man muss das auch nicht so verstehen sondern halt einfach als die Menge aller Abbildungen von b nach a aber das ist denke ich eine nette Analogie gut und das sind alle beschränkten Folgen also die Supremumsnorm x unendlich also das Supremum über alle n der Beträge der Folgendieder ist endlich also das ist jetzt für die Anschauung ist es gar nicht so verkehrt dieses Bild von einem sehr langen Vektor zu haben x1 x2 x3 es hört halt nicht auf das ist das Problem aber wir schauen uns diese ganzen Dinge an nehmen den größten raus und wenn es einen größten gibt der hat eine Zahl und diese Zahl ist unendlich dann liegt diese Folge in L unendlich dann gibt es den Raum c 0 das ist der Raum aller Nullfolgen also aller Folgen c hoch n für die der Limes 0 ist dann gibt es den Raum klein lp klein lp ja das sind die p summierbaren Folgen das sind alle Folgen in c für die die p norm endlich ist und da das hier ein diskreter Raum sozusagen ist also der definitionsbereich sind die natürlichen zahlen ist das Lebesgue-Integral wird das ausgewertet bezüglich dem Zählmaß ja und das Lebesgue-Integral bezüglich dem Zählmaß ist einfach nur die Summation Summe über alle n Betrag xn hoch p hoch 1 durch p und das soll endlich sein und p soll halt auch noch kleiner unendlich sein weil der Fall p gleich unendlich war der erste hier gut und dann gibt es noch einen vierten Raum also es gibt noch sehr viel mehr aber wir brauchen erst mal nur die c c ich weiß ehrlich gesagt nicht nur wofür das c steht naja man kann es als kompakten träger auffassen wenn man so möchte aber nur so halb das ist die Menge aller Folgen wo nur endlich viele Folgenglieder von null verschieden sind ja also das ist wieder das ist eine Menge und der Betrag einer Menge ist die Mächtigkeit wir zählen alle n's wo xn nicht null ist wenn die Anzahl all dieser n's endlich ist dann ist diese Folge in cc enthalten und ich habe die bewusst so sortiert weil der Raum liegt in lp da machen wir jetzt mal kurz einen Schlenker dieser lp liegt nämlich in lq sofern wie war es nochmal rum wenn p kleiner gleich q ist und beides kleiner unendlich ist also lp liegt in lq wenn das hier gilt und lq liegt in c0 und c0 liegt in l unendlich ja ich meine das hier ist klar also das hier liegt in allen drin weil wenn nur endlich viele von null verschieden ist das eine ziemlich langweilige Folge geht halt nach oben hin so weiter das interessante ist wenn man kann man sich jetzt so denken ja warum zeigt er uns jetzt folgen räume das ist eigentlich ja braucht man eh nicht weil was uns interessiert sind der Funktionen Räume also der Vorteil ist halt einmal Folgen Räume sind leichter zu verstehen denke ich weil Folgen im Prinzip sind schon leichtere Objekte als Funktionen also ja das sieht man vielleicht nicht immer so aber der Vorteil ist halt auch mit Summen zu arbeiten wenn man hier so eine Summe hat ist eigentlich zum Rechnen sind Integrale leichter zum präzisen Argumentieren sind Summen besser und wir werden in ein paar Wochen ich weiß nicht genau wann sehen dass wenn wir über Hilberträume reden der Groß L2 Isomorph zu diesem Folgenraum Klein L2 ist Entweder seid ihr gerade verwundert und versteht nicht so ganz worauf ich hinaus will oder ihr seid baff weil das ein ziemlich brutales Resultat ist es ist egal was in ein paar Wochen reden wir eh noch mal genauer drüber aber ein Funktionenraum der sehr unanschaulich ist gut das ist auch nicht so ein bisschen anschaulich schon aber so ein Funktionenraum wo lauter Funktionen drin sind die bezüglich Maßen integrierbar sind und sowas so ein kompliziertes Objekt kann identifiziert werden mit so einem einfachen Objekt das werden wir in ein paar Wochen sehen gut ich könnte jetzt noch Funktionenräume ein paar hinschreiben aber ja es stehen im Skript auch da ist jetzt nicht so viel zu sagen es gibt beschränkte Funktionen es gibt Funktionen mit kompakten Träger und so weiter die LP Räume schreibe jetzt auch nicht nochmal hin was wir aber noch hinschreiben können sind Räume differenzierbarer Funktionen weil da kann man mal auf eine auf ein Problem aufmerksam machen Räume differenzierbarer Funktionen sind nämlich gar nicht so wahnsinnig toll aus einem guten Grund also ja nochmal ein Beispiel also im Skript sind sehr viel mehr Beispiele aber gut wir nehmen mal den Raum C K für uns reicht das Einheitsintervall nach C der Raum der C K Funktionen hat ein ganz großes Problem also ihr wisst ja diese Schreibweise kennt ihr denke ich da ist das Problem der ist kein Bannerraum gut ich habe jetzt auch nicht würdig erklärt warum das da oben Bannerräume sind aber ich glaube ihr vertraut mir das Ding hier ist aber kein Bannerraum warum er ist nicht abgeschlossen wie sieht man das man kann mal eine Folge nehmen eine Folge die jetzt ein bisschen konstruiert aussieht x Quadrat plus 1 durch n unter der Wurzel die Folge ist ohne weiteres in c 1 x ist halt aus 0 1 gut die bildet sogar nach r ab aber man kann jetzt auch nach c machen ist egal die ist differenzierbar definitiv das ist eine Wurzelfunktion da geht nichts schief aber wenn man jetzt hier n nach unendlich macht die Wurzel steht dann kann man die Grenzwerte reinziehen und 1 durch n ist eine Nullfolge dann steht der Wurzelbetrag von x da ja und das ist der Betrag habe ich gerade schon Betrag gesagt da steht Wurzel von x Quadrat da so und das ist Betrag ja der Betrag das ist aber für euch nichts Neues liegt nicht in c1 der ist zwar stetig aber nicht differenzierbar das heißt mit Räumen differenzierbarer Funktionen werden wir es relativ selten zu tun haben die nächste Zeit weil ja da gehen halt gewisse Dinge nicht so gut jo also für diese differenzierbaren Funktionen also für Funktionen Räume differenzierbarer Funktionen gehen diese Sätze dann leider nicht so gut eine Sache möchte ich noch vor der Pause machen und zwar möchte ich auf eine Besonderheit im Unendlich Dimensionalen noch aufmerksam machen weil ich sage immer so ja im Unendlich Dimensionalen gehen so gewisse Sachen schief und einen Satz möchte ich noch zumindest hier hinschreiben der Beweis ist in den LaTechnotizen auch drinnen das ist ein Analysis 2 Argument wenn wir irgendeinen normierten Raum nehmen ein normierter Raum also x zusammen mit seiner Norm ist genau dann endlich dimensional wenn seine abgeschlossene Einheitskugel kompakt ist also der Beweis ist nicht wirklich schwierig aber kostet uns jetzt ein bisschen Zeit wenn seine abgeschlossene Einheitskugel kompakt ist das ist ein ziemlich interessantes Phänomen weil wenn man sich jetzt machen wir es mal im R2 das kann man gut zeichnen im R2 die Einheitskugel B1 0 schließen wir sie noch ab damit sie abgeschlossen ist die ist abgeschlossen weil wir sie gerade abgeschlossen haben und sie ist beschränkt und damit ist sie kompakt weil im R2 der R2 ist ein normierter Raum und dann gibt es diesen Satz von Heine Borell aus der Analyse 2 dass Kompaktheit dasselbe ist wie abgeschlossen und beschränkt das Problem ist dieser Satz funktioniert nur im endlich dimensionalen also im unendlich dimensionalen ist Abgeschlossenheit und Beschränktheit weil diese Einheitskugel ist ja abgeschlossen und beschränkt nicht dasselbe wie Kompaktheit nie in keinem Fall und wenn man sich jetzt eine unendlich dimensionale Einheitskugel vorstellt je nachdem wer sich das vorstellen kann die ist beschränkt wunderbar durch die 1 weil es eine Einheitskugel ist und sie ist auch abgeschlossen aber mit der Kompaktheit funktioniert es nicht mehr da da findet man Folgen die zwar in dieser Kugel drin liegen aber die nirgendwo sinnvoll also die keine Kouchi-Folgen sind das ist das Problem und ja also im endlich dimensionalen wieder es funktioniert alles wunderbar und im unendlich dimensionalen funktionieren diese ganzen Sachen die man so die so irgendwann in die Intuition fast schon übergehen wenn man das ist das Problem genau also sozusagen die Konklusion hier raus der Satz von Heine Borrell wenn ihr ihn vergessen habt könnt ihr ihn ja googeln gilt im unendlich dimensionalen nicht mehr so dann machen wir jetzt bis 15 Uhr 5 Pause und dann haben wir noch Zeit für das nächste Unterkapitel so dann machen wir mal weiter ich wurde gerade dankenswerterweise auf eine kleine Unzulänglichkeit hingewiesen die noch hier sichtbar ist die Betragsfunktion ist auf dem Intervall was hier gewählt ist natürlich differenzierbar weil der Betrag hat seinen Knick ja im Ursprung ja gut wenn man jetzt ganz streng ist müsste man hier sowieso offene Klammern wählen weil nur auf offenen Mengen kann man differenzieren also wenn das Beispiel trotzdem noch funktioniert wählt man hier einfach das Intervall von minus 1 bis 1 tut nichts zur Sache dann aber dann wäre die Funktion darauf wirklich nicht differenzierbar ich weiß noch wo ich den Satz abgeschrieben habe dieses Beispiel ich schaue mal ob es auch falsch ist und dann gebe ich der Person von der ich das abgeschrieben habe mal Bescheid weil die sitzt hier im Gebäude so genau also da muss man das halt austauschen aber tut jetzt nicht so wahnsinnig viel am Problem ändern jetzt haben wir das einführt was wir die ganze Zeit dann eigentlich brauchen werden und ihr redet auch schon in der Quantenmechanik ständig über irgendwelche Operatoren und wir führen jetzt mal den Begriff des Operators ein und auf den werden wir dann ständig zurückgreifen also das ist Kapitel 3.2 zum einen sind das Funktionale das sind spezielle Operatoren und Operatoren mit Funktionalen hattet ihr es schon in der Mechanik zu tun gehabt als ihr das Wirkungs Funktional minimieren wolltet und dann kamen die Euler Lagrange Streichungen raus und die werden wir jetzt auch weiter also die Lagrange Streichungen werden wir nicht mehr brauchen aber Funktionale werden wir häufiger noch sehen und Funktionale kommen euch auch in der Quantenmechanik ständig über den Weg jedes Mal wenn ihr ein Bracket irgendwo hinschreibt also ein Skalarprodukt so seien x und y wieder k Vektor Räume dann betrachten wir eine lineare Abbildung eine lineare Abbildung wie habe ich sie genannt t t von x nach y und die heißt ein lineare Operator wobei man es linear häufig weglässt über nicht lineare Operatoren werden wir dieses Semester und auch nächstes Semester kein einziges Wort verlieren die sind ein ganzes Stückchen schwieriger wieder das ist halt immer so und das Problem ist auch dass es gibt auch wieder Möglichkeiten sich dann weiter zu helfen wenn es nicht linear wird und häufig ist dann die Grundidee dass man irgendwas wieder linearisiert nur ist das Problem dass man da für die Linearisierung ein bisschen können das würde auf den Begriff der Fréchet Ableitung führen aber das sind alles Sachen die mehr so für Variationsrechnungen interessant sind aber für uns jetzt in der Quantenmechanik interessieren eher nicht so wahnsinnig so ein Ding heißt lineare Operatoren und wie so immer wollen wir nicht nur die Operatoren selbst betrachten sondern die Menge aller Operatoren und die bezeichnen wir mit einem kalligrafischen L X Y das ist der Raum aller linearen Operatoren von X nach Y der Raum aller Operatoren von X nach Y der Vorteil ist auch in der Quantenmechanik dieses ganze zurück ist im wesentlichen linear Ihr habt den Impuls Operator oder den Orts Operator habt ihr alle schon mal gesehen mittlerweile das sind alles lineare Operatoren so dann wissen wir jetzt was ein Operator ist dann klären wir mal kurz was ein Funktional ist das ist dann wenn man weiß was ein Operator ist ist ein Funktional eigentlich nur noch leichter zu verstehen ein Funktional ist eine Abbildung eine lineare Abbildung von x nach k also ein Operator bildet möglicherweise auch in den allgemeinen Vektorraum noch ab und Funktional in irgendeinen Körper und das Ding heißt lineares Funktional so jetzt hatten wir häufig so häufig noch nicht aber als wir über Distributionen geredet haben mussten wir schon zwangsläufig über Dualräume reden so jetzt kommt schon wieder das innerliche Seufzen das können wir jetzt definieren und da gibt es zwei verschiedene Typen von Dualräumen der Raum x das ist einfach dieses L was ich da oben definiert habe die Menge aller Abbildungen von x nach k das ist der sogenannte algebraische Dualraum das ist der algebraische Dualraum das ist die Menge aller linearen Abbildungen von irgendeinem Vektorraum den man betrachtet nach k das ist der Dualraum den ihr in der linearen algebra auch kennengelernt habt und mit Sicherheit alle ohne weiteres verstanden habt was das ist gut algebraische Dualräume interessieren uns jetzt nicht so wahnsinnig oft weil aus Gründen die gleich kommen aber an sich wirklich tut mal eure Angst vor diesem Wort ablegen das ist einfach nur die Menge aller Abbildungen von x nach k linearen Abbildungen mehr ist das nicht also ja im ersten Semester ist das ein bisschen überfordernd vielleicht weil ja das sind halt Funktionen lineare Funktionen oder Parabeln und Vektoren sind Pfeil im Raum aber von dem habt ihr euch hoffentlich schon losgelöst ja die die hier sitzen haben sich vielleicht schon losgelöst der Rest hat sich daran gewöhnt so wir nehmen mal zwei normierte Räume jetzt kommt das was wir wieder brauchen also also algebraische Dualräume sind ja auch wieder nur Spielzeug was wir jetzt nicht wirklich weiter untersuchen werden wir brauchen eine ganz spezielle Art von Dualräumen wir haben jetzt gerade definiert was lineare Operatoren sind was wir aber auch häufig brauchen sind beschränkte Operatoren und beschränkte Operatoren kennzeichnet man mit einem kaligrafischen B ja das war auch die Borell-Sigma Algebra aber gewöhnt euch an sowas dafür werden wir wenn wir später wieder weil spätestens wenn wir nächstes Semester dann über Quantenmechanik reden brauchen wir sowohl beschränkte Operatoren als auch die Borell-Sigma Algebra wieder und dann werde ich die Borell-Sigma Algebra so schreiben da gibt es dann immer irgendwelche Wege wie man sich helfen kann gut und diese Menge das ist die das ist definiert ist die Menge aller Linien Abbildungen von X nach Y für die was gilt es existiert eine endliche Zahl so dass für alle X aus dem Vektor Raum X gilt dass der Operator angewandt auf X kleiner gleich dieser konstanten M mal die Norm von X ist das ist die Menge aller achso habe ich noch nicht das ist die Menge aller beschränkten Operatoren was man da häufig macht ist also Konventionen gerade wenn wir über Hilberträume reden bilden diese Operatoren häufig von dem Hilbertraum wieder in den Hilbertraum ab und da ist es Konvention dass man B von X als Kurzschreibweise für die Menge aller Operatoren von X nach X die Menge aller beschränkten Operatoren von X nach X setzt dann spart man sich ein Komma und ein weiteres X gut und daraus kommt schon eine eine ganz 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 wichtige weitere Norm mit der man in den ersten Semestern vielleicht ein bisschen hadert aber irgendwann muss man sich dann gewöhnen weil wir wissen wie wir von Vektoren Normen bestimmen das ist nicht so schwer da gibt es genug können wir uns welche aussuchen wir wollen aber auch von Operatoren eine Norm bestimmen das ist vielleicht wieder ein bisschen abstrakter klar das ist jetzt vielleicht nicht als Länge von irgendeinem Pfeil im dreidimensionalen Raum interpretierbar aber das wie gesagt gibt verschiedene Leute die verschiedene Meinungen zu diesem Zeug haben und ich finde man sollte das nicht zu sehr sich auf solche Wischiwaschi Definitionen verlassen eine Norm die sehr gut geeignet ist ist die sogenannte Operatornorm die Operatornorm ist ganz kurz und knackig definiert das ist die Norm von T machen wir das hier unten in der 9 Seite also die Norm des Operators T ist definiert als das Supremum über alle Vektoren X aus X haben wir es genannt die nicht der Nullvektor sind von T X durch Norm von X das ist die berühmte Operatornorm und vielleicht um jetzt doch ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen was hier passiert wenn das Ganze endlich dimensional wäre so ein Operator wäre dann einfach eine Matrix auf jedem endlich dimensionalen Frage auf jedem endlich dimensionalen Raum kann man diese Operatoren sich als Matrizen vorstellen und diese Matrizen die wendet man auf Vektoren an und kriegt neue Vektoren raus also als Beispiel X gleich RD dann ist T nehmen wir als Abbildung von RD nach RD und das würde halt aussehen wie würde das aussehen also T von X ist einfach T mal X also das hier T ist halt eine D Kreuz D Matrix und X ist ein D dimensionaler Vektor und das was rauskommt ist auch wieder ein D dimensionaler Vektor so und das Schöne mit dieser Operatornorm ist wir können von dieser Matrix jetzt eine Norm definieren weil das hier ist der Urbild Vektor sozusagen den man reinsteckt in die Abbildung und kriegt ein Bild raus und das ist die Norm die hier steht das ist die Norm aus dem Urbild Bereich das hier ist das Bild was rauskommt das ist auch wieder hier ein Spaltenvektor das ist das was hier steht die Norm von dem hier und die Norm von diesem schwierigen von dieser Matrix hier wo man vielleicht noch nicht sofort mit dem Pythagoras herkommt und Wurzel aus X1 Quadrat plus X2 Quadrat nehmen könnte das ist dieses schwierige Objekt hier und das ist definiert über einfache Objekte hier stehen wirklich drei verschiedene Normen Operaturnorm Norm im Bildbereich Norm im Urbildbereich um das abzugrenzen manche Leute schreiben für die Operaturnorm auch drei Striche sieht man manchmal manche Leute schreiben für Vektoren aus dem Rd nur einen Strich statt zwei ich schreibe eigentlich immer für alles zwei Striche weil so viel Gehirngymnastik kriegt man hin dass man erkennt was was ist und wenn man es nicht erkennt dann sind die Probleme meistens tiefer liegender man muss sich das nochmal anschauen das ist auch bei mir manchmal dann so wenn man die Notation verstanden hat ist man gut drinnen und dann wird man damit nicht so die Probleme haben aber ja ich finde zwei Striche irgendwie angebrachter weil ein Strich hat schon genug Verwendung Betragsfunktion Mächtigkeit eine Menge und das hat hier eher nichts zu suchen so jetzt kommt noch ein weiterer Dualraum und zwar der topologische Dualraum und das ist der den wir bei den Distributionen auch die ganze Zeit verwendet haben der topologische Dualraum ist auch nicht viel Aufwand den zu definieren da tun wir einfach statt beim algebraischen Dualraum haben wir das L genommen und jetzt nehmen wir das B der Raum X Stern definiert als die Menge aller beschränkten Abbildungen von X nach Grundkörper K der eine Teilmenge des algebraischen Dualraumes ist weil jede beschränkte Abbildung ist ja auch linear also jede beschränkte lineare Abbildung ist linear und das hier ist der sogenannte topologische Dualraum topologische Dualraum von X Ich erkläre in zwei Sätzen also ich mache jetzt zwei Sätze und dann erkläre ich warum das Ding topologisch heißt das hat nämlich einen Grund gut also nehmen wir das mal kurz so hin das ist der topologische Dualraum mit dieser Operatornorm werden wir sehr viel arbeiten die nächste Zeit glücklicherweise müssen wir sie praktisch nie ausrechnen das ist einfach nur ein Hilfsmittel aber der konkrete Wert interessiert uns dann meistens nicht aber die braucht man einfach um gewisse Abschätzungen immer wieder mal machen zu können deswegen möchte ich in einem kurzen Lämmer ein paar Eigenschaften zusammenfassen die dann die sind alle nicht allzu schwer zu beweisen deswegen ist das dann die Hausaufgabe über Pfingsten und das ist diese eine Aufgabe die ihr habt dieses Lämmer also das ist die erste Teilaufgabe und die zweite Teilaufgabe ist noch dass man für ein ganz einfaches Beispiel mal diese Operatornorm ausrechnen soll aber wie gesagt das ist dann alles was zu Pfingsten zu tun ist gut sei das hier die Operatornorm auf dem Raum der beschränkten Linie an Abbildungen von x nach y dann ah ich habe vorhin noch eine Bemerkung nicht gemacht aber gut die ist nicht so wahnsinnig besonders häufig also kurz zu dieser Bemerkung statt t von x schreiben wir häufig einfach nur tx also so wird das was ich hier geschrieben habe tx diese Klammer lässt man sich dann im Prinzip weg man muss sich eigentlich schon denken weil das ist eine Abbildung die nimmt x und spuckt irgendwas Neues aus aber naja und das andere ist sowohl der Raum der linearen Operatoren als auch der Raum der beschränkten Operatoren sind selbst wieder Vektor Räume ja ich meine ja gut ist halt so also die Summe zwei beschränkten Operatoren ist wieder beschränkt die Multiplikation mit einer Zahl führt wieder auf einen beschränkten Operator und genauso gut mit linearen Operatoren also zwei lineare Operatoren in der Summe geben wieder den linearen Operator gut wir nehmen uns jetzt hier mal zwei solche Operatoren beschränkte Operatoren einmal von x noch y und einen zweiten Operator der von y noch z abbildet und dann gelten folgende drei Sachen erstens das was ich jetzt die ganze Zeit Operatoren nenne ist eine Norm also eine Norm im Sinne der Linien Algebra und auch so wie wir es vorher noch mal gemacht haben also Dreiecks Ungleichung ist erfüllt Homogenität und Definitheit dann ist die Operatoren Submultiplikativ st ist in der Norm kleiner gleich Norm von S Norm von T Gleichheit gilt hier im Allgemeinen nicht kann man sich schon an Matrizen klar machen gut und was auch noch gilt also das gilt nicht nur für das Produkt zweier Operatoren sondern auch für jedes x aus dem Vektor Raum ist die Operatornorm von T x kleiner gleich der Operatornorm von T x gesagt die Norm von T x ist kleiner gleich der Operatornorm von T mal der Norm von x Ja jetzt bin ich gerade selber kurz durcheinander gekommen also aber wie gesagt man sieht es dann schon also hier stehen Operatoren davon berechnet man die Operatornorm hier stehen Vektoren und hier steht ein Vektor da sind es die normalen Normen gut dass der dritte Punkt einleuchtet ist klar oder also so wie die Operatornorm definiert ist kommt man sehr schnell da drauf Supremum ist ja gerade das Größte dann lässt man das Supremum weg und kriegt eine obere Schranke und jetzt habt ihr schon eine der drei Teilaufgaben da gelöst gut also das ist das beweisen wir jetzt nicht wirklich das ist ein bisschen zum Üben wir machen jetzt einen weiteren Satz wo wir dieses Lämmer zwischendurch brauchen den beweisen wir dann auch es ist nur ein bisschen Umgang mit Normen üben nochmal so wir nehmen zwei normierte Räume und einen linearen Operator einen linearen Operator von x nach y dann sind folgende drei Aussagen äquivalent erstens der Operator ist Lipschitz tätig Lipschitz tätig ganz normal wie in der Analyse 2 dann ist das äquivalent also dazu dass der Operator stetig bei x ist das heißt aus der bloßen Stetigkeit bei einem Punkt wissen wir bei Linien Operatoren dass sie dann automatisch auch Lipschitz tätig sind ja und damit auch stetig also das ist das Schöne bei Linien Abbildungen wenn man bei einem Punkt schon Stetigkeit gezeigt hat hat man alles gezeigt und der andere Vorteil ist also was heißt Vorteil also es ist dazu äquivalent dass der Operator t beschränkt ist also eine endliche Operatorenoren besetzt so jetzt habe ich gerade gesagt ich möchte zwei Sätze machen damit ich erklären kann was das mit dem topologisch auf sich hat für lineare Abbildungen ist es vollkommen dasselbe ob der Operator beschränkt ist oder stetig diese Worte kann man austauschen haben denselben Aussagegehalt so beschränkt wir haben hier die beschränkten Operatoren definiert das ist dieses kalligrafische B und diese wenn man jetzt hier auf diesen topologischen Dualraum hinkommt das ist die Menge der beschränkten Operatoren von x nach k ja die sind aber alle linear damit sie sind sie auch stetig das heißt die Menge aller stetigen Abbildungen von x nach k und deswegen kommt dieses Wort topologischer Dualraum her da interessiert man sich ja gerade für die stetigen Abbildungen zwischen diversen Mengen auch wieder was in der linearen Algebra hätte sich dafür niemand interessiert weil da interessiert ein Stetigkeit halt einfach nicht das ist nicht das Konzept was man dort untersucht das ist das zentrale Konzept der Analyse und deswegen ja in der linearen Algebra wäre wieder topologischer Dualraum gleich algebraischer Dualraum und wenn zwei Wörter denselben Sinn haben dann kann man das zweite Wort auch weglassen so war es halt dort gut Beweis der Beweis von 1 nach 2 den lassen wir weg der ist das ist klar eigentlich weil wenn die Funktion Lipschitz tätig ist ist sie insbesondere stetig und damit auch stetig an einem Punkt und ihr habt ja die Analyse das 1 alle hinter euch damit könnt ihr das noch oder aber im Prinzip ist das ein Analyse 1 Beweis deswegen lassen wir den mal weg also 1 nach 2 der ist erledigt dann machen wir mal von 2 nach 3 also wir machen den Beweis durch Ringschluss sowas habt ihr vielleicht schon länger nicht mehr gesehen aber wenn man jetzt diese Äquivalenzkette da zeigen möchte kann man 1 impliziert 2 zeigen 2 impliziert 3 und 3 impliziert 1 und damit hat man die Äquivalenz gezeigt gut zeigen wir das also wir nehmen Stetigkeit bei x an also t sei stetig am Punkt x und ja das kennen wir ja das heißt also einfach nur für jedes Epsilon jetzt kommt das wieder her für jedes Epsilon gibt es ein Delta sodass für jeden weiteren Punkt y aus x gilt dass y minus x wenn das kleiner Delta ist dann ist ty minus tx kleiner gleich y hier habe ich es jetzt mit kleiner gleich gemacht ist vollkommen egal also da ob man das strikt kleiner oder kleiner gleich nimmt dasselbe kommt raus gut das ist einfach nur die Stetigkeit und was wir jetzt zeigen wollen ist dass dieses Ding beschränkt ist habe ich das vorhin eigentlich hingeschrieben ja gut ich habe die Menge der beschränkten Operatoren definiert aber tun wir die mal nochmal kurz runter um Beschränktheit zu zeigen von so einem Operator reicht es also dass man es schafft eine konstante m zu finden sodass diese Ungleichung hier gilt dann hat man Beschränktheit gezeigt das wollen wir hinkriegen also das hier ist zu tun und dazu wählen wir diesen Punkt y hier also wir wählen ihn nicht aber wir schreiben ihn anders und den schreiben wir wie folgt wir nehmen einen Vektor z aus x der nicht der Nullvektor ist weil sonst teilen wir ihn wieder durch Null das ist auch der Grund warum wir in der Operaturnorm die jetzt verdeckt ist den Nullvektor rausgenommen haben weil man teilt dann immer durch Null für alle solchen Vektoren gilt dass Delta mal z durch Norm von z minus x äh plus x oder? ja plus x minus x das sieht jetzt gerade ein bisschen verrückt aus aber wenn man sich das mal anschaut was ist das? das ist Delta plus x minus x und das hier in der Norm fällt auch weg also das ist definitiv schon mal kleiner als Delta also ich habe mein y einfach ein bisschen anders geschrieben das hier ist nach wie vor dieses y das hat aber einen gewissen Vorteil wenn man das so macht weil wenn wir das jetzt hier einsetzen tun wir das einfach mal schade dir nicht setzen wir das einfach mal hier ein ähm also daraus folgt dass also ty minus tx was ist das ist t Delta z minus Norm von z äh durch z Norm von z plus x minus t von x also tx wenn man es wieder so was ist das der Operator ist ja linear das ist das Schöne hier also wir machen alles linear das da hier ja was ist das das ist Delta durch Norm von z tz plus tx das heißt das tx minus tx hier gibt ähm ja es fällt weg dann hat man noch Delta durch Norm von z tz da stehen und damit sind wir fertig weil das hier ist ja kleiner als y wegen Stetigkeit so das ist jetzt eine gute Aussage weil wir wollen ja Beschränktheit bekommen wenn man das hier mal anschaut ähm also das ist für alle y erfüllt nennt mir mal ein y irgendeins 69 warum nicht 42 ähm also machen wir 69 das ist eure Abgabegruppe oder aber irgendeine irgendeine Gruppe hat 69 glaube ich 42 ist auch relativ schnell voll gewesen sei y gleich 69 dann gilt was dann ist diese Norm Delta durch Norm von x durch Norm von z tz kleiner gleich 69 oder anders ausgedrückt das mache ich jetzt hier oben wenn man das bisschen umschreibt die Norm von tz die ist kleiner gleich 69 durch delta mal Norm von z was heißt das t ist beschränkt das hier ist unsere konstante m die man wählt und dann ist t beschränkt das war von 2 nach 3 zu zeigen dann zeigen wir noch kurz den Schritt von 3 nach 1 der ist leicht ja eine Funktion ist im Allgemeinen halt nicht linear also für eine lineare Funktion würde das genauso gehen bei einer nicht linearen Funktion gehen halt diese Rechenoperationen die wir hier machen einfach nicht weil hier habe ich ja bewusst die Linearität ausgenutzt genau so also ein Operator ist im Prinzip auch nichts anderes als eine Funktion was uns halt wichtig ist dass das linear ist so dann beweisen wir noch schnell den letzten Schritt und dann können wir noch kurz über ein ganz nettes Theorem reden was uns begleiten wird noch so also der Schritt von 3 nach 1 das ist ein Einzeiler das schreibt man einfach aus also wir wollen zeigen dass aus Beschränktheit Lipschitz Stetigkeit folgt ja rechnen wir es halt nach Tx minus Ty da können wir jetzt wieder wegen Linearität schreiben das ist Tx minus Y also da geht wieder Linearität ein und wir wissen ja dass der Operator beschränkt ist das heißt wir können das nach oben hin abschätzen durch die Operatornorm von T mal der Norm von x minus Y fertig weil da der Operator beschränkt ist existiert diese Operatornorm die ist endlich und damit wählen wir als Lipschitz Konstante einfach diese Operatornorm ja fertig das war die einfache Sache gut also das sind so ein paar nette Eigenschaften von diesen Operatoren wenn sie linear sind Stetigkeit und Beschränktheit alles dasselbe jetzt will ich noch einen ganz wichtigen Satz hinschreiben den werden wir nicht beweisen ich überlege mir vielleicht würde ich den noch ins Skript packen den Beweis wir werden eigentlich fast immer über beschränkte Operatoren reden die unbeschränkten wir werden kurz was dazu sagen aber wir werden nicht zu viel dazu machen das liegt ganz einfach daran unbeschränkte Operatoren sind sehr viel schwieriger und man kann schon mal froh sein wenn man die beschränkten verstanden hat weil das ist wieder wie mit so linearen und nicht linearen Differenzialgleichungen so die linearen gibt es eine schöne Lösungstheorie kann man immer irgendwas hinschreiben bei nicht linearen kann man nur hoffen dass es überhaupt eine Lösung gibt und so und bei unbeschränkten Operatoren werden wir das so machen in der letzten Vorhersung die ich dann halten werde zeige ich euch einfach nur was ist das Problem wie kann man es vielleicht umgehen dass man die doch wieder beschränkt macht und was für Probleme tauchen auf wenn man von beschränkt zu unbeschränkt geht aber sonst werden wir alle wesentlichen Sätze leider nur für beschränkte machen weil für unbeschränkte ist ein enormer Aufwand also das ist ja und man kann es dann irgendwo schon nachvollziehen dass in der theoretischen Physik diese Unterscheidung nicht so wahnsinnig ernst genommen wird weil für unbeschränkte Operatoren die halt in der Physik allgegwertig sind da kann man nicht das Argument bringen ja die braucht man nicht weil tauchen nicht auf nee alles fast alles ist dort unbeschränkt aber man hält sozusagen den Ball flach und nimmt das nicht so ernst irgendwo dann nachvollziehbar weil wenn man das noch ordentlich machen würde ja dann würde man in TO3 so ziemlich gar nichts anderes mehr schaffen und ein Satz den ich hier nennen kann mal der hat als Abkürzung BLT das hat sowohl im Deutschen als auch im Englischen dasselbe Kürzel Bounded Linear Transformation der macht eine ziemlich weitreichende Aussage wir nehmen einen normierten Raum davon einen Unterraum S von X also wenn ich Unterraum sage meine ich immer Untervektorraum Untervektorraum und Y ein Bannerraum aber gut dann brauchen wir noch einen Operator T der beschränkt eine beschränkte lineare Abbildung von S nach Y ist so dieser Operator ist also definiert auf dieser Teilmenge S und was dieses Theorem jetzt aussagt ist folgendes wenn der Operator beschränkt ist dann besitzt er eine eindeutige Fortsetzung die nennen wir jetzt mal T Tilde die jetzt ein beschränkter Operator von Abschluss von S nach Y ist also kurz gesagt für jeden Vektor X aus S gilt dass T von X mit T Tilde von X übereinstimmt und die Operator Normen von T und T Tilde sind identisch so also jetzt habe ich noch zwei Minuten um das zu erklären ein bisschen also kurz verdauen die Essenz hinter dieser Aussage ist folgende für einen beschränkten Operator also einen beschränkten Operator kann man immer auf dem ganzen Raum definieren das ist die kurze Aussage dahinter also selbst wenn man das nur auf einer Teilmenge definiert hat es gibt irgendeine Fortsetzung also was ist eine Fortsetzung ein Operator dieser Operator hat einen größeren Definitionsbereich und also eine Fortsetzung wenn jetzt S der Definitionsbereich ist und der wird jetzt was ist der nächste Buchstabe nach S T das ist ungünstig nehmen wir mal Q wenn es einen weiteren Operator gibt der nicht nur auf S sondern auf Q definiert ist aber auf der Menge S mit dem ursprünglichen Operator übereinstimmt ist es eine Fortsetzung und dieser Satz sagt wenn man diese Menge hier abschließt dann gibt es so eine Fortsetzung auf dem Abschluss dieser Menge und für jedes X aus dem ursprünglichen Bereich das was ich gerade gezeichnet habe stimmen diese Operatoren die Ergebnisse sozusagen dieser Operatoren überein und die Operatornormen sind gleich das heißt das ist nämlich das was ihr in der Quantenmechanik euch wieder einfach nicht erzählt wird bei einem beschränkten Operator okay vielleicht also diese Minute will ich jetzt noch kurz nehmen für einen also in der Quantenmechanik habt ihr vermutlich noch nicht so oft über das Wort Definitionsbereich eines Operators gesprochen oder weil ein Operator hat einen Definitionsbereich das ist das was hier immer steht und dahin bildet er ab für einen beschränkten Operator ist es auch nicht wichtig über den Definitionsbereich zu reden weil man kann ihn auf dem ganzen Raum definieren also da redet ihr dann über Hilberträume in der Quantentheorie und einen beschränkten Operator kann man auf dem ganzen Hilbertraum definieren ohne weiteres so bei beschränkten Operatoren bei unbeschränkten geht das nicht also ihr könnt wenn ihr den L2 nehmt ihr könnt den Impulsoperator nicht auf den ganzen L2 definieren und warum das nicht geht werden wir in der letzten Vorhersung die ich halten werde sehen da gibt es dieses Hellinger Tablets Theorem und das sagt nein das geht nicht aber für beschränkte harmlos für unbeschränkte schwierig so nächste Woche geht es dann um die Hauptsätze zu Operatoren auf Bannerholmen in 14 Minuten dann 14 Minuten langes Video ich werde das schon im Laufe dieser Woche irgendwann hochladen morgen vielleicht schon in den 14 Minuten schaffe ich das was ich sonst in 60 Minuten hier an der Tafel geschafft hätte und ich wollte es nicht ich wollte nur 60 Minuten Stoff machen sozusagen und nicht 90 weil es sind ja eigentlich doch Urlaub gut dann bis in zwei Wochen